Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Trainersuche von Hansa Rostock. Bei Rostock ist ja in den vergangenen Tagen extrem viel los. Es gab den Abstieg aus der zweiten Bundesliga, der sich auch irgendwo angedrottet hat durch die schlechten Ergebnisse in den letzten Wochen. Und natürlich gab es auch dann eine wichtige Entscheidung für die Zukunft, denn mit Amir Shapousadeh hat man einen neuen Direktor-Profi-Fußball und mit ihm wird man eben auch jetzt in Liga 3 wieder etwas aufbauen. Es gibt keine Verlängerung mit dem aktuellen Trainer Merzat Sedembekovic, dessen Vertrag für Liga 3 keine Gültigkeit hatte. Für mich ist das aber auch die ganz klar richtige Entscheidung. Hansa braucht einen Neustart, die große Frage ist aber jetzt, in welche Richtung geht man denn da? Denn Amir Shapousadeh war zum Beispiel Rostabrück auch jemand, der gerne einen Kader geplant hat für junge Spieler, wo man eben auch dann in Sachen Kaderwertentwicklung was machen konnte. Rostock ist sicherlich auch ein Verein, der dahingehend nochmal Fortschritt machen muss. Vielleicht auch junge Spieler auszubilden, für ein gutes Geld zu verkaufen. Das kann mittelfristig dem Verein auf jeden Fall schon sehr helfen. Auf der anderen Seite will man natürlich auch in Liga 3 den Anspruch haben, mittelfristig wieder aufsteigen zu wollen. Jeder weiß, wie eng und verrückt die dritte Liga aber auch ist. Und deswegen gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Holt man vielleicht einen erfahrenen Trainer, der solche Vereine kennt, holt man vielleicht aber auch einen jüngeren Trainer, der mal andere Ideen hat, einen taktisch versierten Coach, vielleicht einen, der wirklich für Spielerentwicklung steht oder eben dann jemanden, den man wirklich für diesen kurzfristigen Erfolg holt, wo es um ergebnisorientierten Fußball geht. Also man sieht, es gibt komplett verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir deswegen mal fünf Namen rausgesucht, die meiner Meinung nach wirklich gut zu Rostock passen. Also los geht's mit fünf Trainern für Hansa Rostock. Starten wir mit meinem ersten Kandidaten und das ist Michael Schiele, 46 Jahre alt, der Liga 2 und Liga 3 mittlerweile auch schon sehr gut kennt. Michael Schiele war vorher bei Eintracht Braunschweig Trainer, zuvor beim SV Sathausen und den Würzburg Kickers und ist in seiner Karriere schon zweimal von der dritten Liga in die zweite Bundesliga aufgestiegen, einmal mit den Kickers und einmal mit dem BTSV. Warum mit Braunschweig? Hat das auf jeden Fall eigentlich richtig gut harmoniert, schon in Liga 3, war das eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Dann gab es eben den Aufstieg in der zweiten Bundesliga, den Klassenerhalt und dann wollte eben Braunschweig den nächsten Schritt gehen. Deswegen hat man sich dagegen entschieden, mit Michael Schiele weiterzumachen und das war eine überraschende Trennung im Nachhinein. Vielleicht auch nicht die cleverste Entscheidung, zumindest mal zum damaligen Zeitpunkt. Klar ist, dass Michael Schiele es in Braunschweig geschafft hat, diesen Verein auf jeden Fall gut zu entwickeln. Er hat auch dort als Mensch sehr, sehr gut hingepasst, hat richtig gut harmoniert und sein Fußballstil war dort auch schon, ballbesitzorientiert, aber auch gepaart mit Umstaltfußball. Grundsätzlich ist auch Schiele ein flexibler Trainer, was die taktische Herangehensweise angeht. In Liga 2 hat er meistens im 3-5-2 spielen lassen, in Liga 3 dann eher aus der Viererkette heraus, im 4-3-1-2. Und was ihn sehr interessant macht, hierfür auch das Video, und da habe ich auch generell ein bisschen drauf geschaut, was eben auch Amir Shabouzadeh so für Trainerkandidaten hat. Er war wohl bereits in Osnabrück im letzten Jahr ein Kandidat, als eben Shabouzadeh dort auch mit den Trainern gesucht hat. Nun ist eben Michael Schiele seit einem guten Jahr vereinslos, das heißt, er kann sofort einsteigen. Er hat aber wohl noch einen Vertrag in Braunschweig. Das heißt, dieser müsste erst noch aufgelöst werden. Ich denke mal nicht, dass hier Rostock eine Ablösung bezahlen müsste, weil auch der BTSV, wenn es denn so ist, sicherlich froh sein wird, Schiele von der Gehaltsliste zu haben. Aber auch das müsste man dann eben nochmal klären. Aber ich finde, Michael Schiele könnte auf jeden Fall genau der Richtige sein, mit Punkto Erfahrung in Liga 2 und 3, aber auch noch ein gewisses Potenzial, was die taktische Herangehensweise angeht, der auch dann gut zur Kogge passen kann. Einer, der für mich auf jeden Fall logisch ist, wenn man auch dann vor allem auch auf die vereinslosen Trainer schaut, mit Erfahrung, ist Markus Kautschinski. Der gewöhnliche Gelsenkirchener kennt natürlich die 2. und 3. Liga unglaublich gut und hat dann mittlerweile auch 5 Vereine genau trainiert. Mit dem Karlsruher SC, dem FC Ingolstadt, dem FC St. Pauli, Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden. Er ist in seiner Karriere ebenfalls bislang zweimal aufgestiegen von Liga 3 in Liga 2 und hat sich ja vor allem auch eine richtig gute Arbeit beim Karlsruher SC abgehandelt, wo es ja fast sogar in die Bundesliga gegangen ist. Bei Dynamo Dresden war es auf jeden Fall dann eine Station, die sicherlich wichtig war, auch eine solche Erfahrung mal zu haben bei einem emotionalen Verein, auch aus dem Osten. Das soll jetzt gar nicht komisch klingen, aber das sagen auch Hansa-Fans selber, dass es nicht schadet, wenn vielleicht doch Trainer eine gewisse Erfahrung haben bei solchen Klubs, die natürlich auch so eine besondere Geschichte haben. Und vor allem hat er aber eben auch zuletzt noch Wehen Wiesbaden in die 2. Liga geführt. Klar, da gab es jetzt vor ein paar Wochen die Entlassung, aber auch das hat ergebnistechnisch Wiesbaden nicht allzu viel gebracht. Ich persönlich mag Koczynski sehr als Typen und er bringt eben diesen Punkto-Erfahrung natürlich enorm mit. Er kann aber auch Mannschaften durchaus entwickeln. Sein Fußball ist aber jetzt auch eher ergebnisorientiert. Also ich glaube schon, wenn du dir Markus Koczynski ins Boot holst, dann solltest du das klare Ziel haben, auch direkt wieder aufsteigen zu wollen. Dafür müsst du den Kader eben auch dann zusammenstellen. Das wäre dann sicherlich eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, aber auch das kann ich mir bei Rostock durchaus gut vorstellen. Aber vielleicht wird man ja auch mal an der Kocke einen etwas anderen Weg gehen und auch jetzt diesen Neuanfang dafür nutzen, auch in Sachen Trainersuche einen Neuanfang zu starten. Und da wäre Eugen Polanski eine sehr spannende Lösung. Der ehemalige Profi hat ja für Gladbach, Mainz und Hoffenheim in der Bundesliga gespielt und ist eben Jugendtrainer in Mönchengladbach. Erst für die U17 und dann eben seit zwei Jahren für die U23. Innerhalb des Vereins wird auf jeden Fall sehr viel von Polanski als Trainer gehalten. Er bringt es mit Potenzial mit und hat eben auch das klare Ziel, irgendwann mal Cheftrainer zu sein. Diese Perspektive sehe ich Stand jetzt in Gladbach nicht so wirklich. Auch bei den letzten Malen hat man sich dann immer eher dagegen entschieden, Polanski diese Chance mal zu geben, weil er selber auch erstmal in Ruhe seine Lizenzen machen wollte. Aber jetzt natürlich könnte er vielleicht noch eine Chance nutzen, im Sommer einen Verein zu übernehmen. In Mönchengladbach war er erst Tabellendritter in der Regionalliga, dann Tabellendröfter. Es ist aber auch wichtig, dass solche Tabellenplätze bei diesen zweiten Mannschaften eher zweitrangig sind. Es geht eben vor allem darum, Spieler zu entwickeln, junge Spieler aufzubauen und da hat sich eben Polanski wirklich mittlerweile einen Namen gemacht. Er setzt meistens auf eine Viererkette, oftmals im klassischen 4-4-2-System, lässt einen guten, intensiven Fußball spielen und ich denke mal, für ihn kann das auch der passende nächste Karriere-Schritt sein. Klar, er wird vielleicht nochmal Angebote aus der zweiten Liga vielleicht schon gehabt haben, aber mit der Perspektive eben auch dann mit ihm gemeinsam was aufzubauen Richtung zweite Bundesliga, kann ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ein gutes Gesamtpaket aus einer gewissen Erfahrung, aber eben auch noch weitere Potenzial als Trainer, bietet Tobias Schweinsteiger, denn generell wäre eben mal eine solche junge Lösung was etwas anderes an der Kogge bei Hansa Rostock. Schweinsteiger ist natürlich generell erstmal ein sehr bekannter Name durch seinen Bruder Bastian Schweinsteiger, aber vor allem reden wir hier über einen, wie ich finde, guten Trainer. Seine ersten Erfahrungen hat Tobias Schweinsteiger in der Bayern-Jugend gesammelt als Co-Trainer von Tim Walter, dann war er im Profibereich Co-Trainer beim HSV unter Dieter Hecking und dann in Nürnberg unter Robert Klaus. Er wollte aber dann noch gerne Cheftrainer werden, es gab dann das Angebot vom VfL Osnabrück und das war direkt eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Denn als Tobias Schweinsteiger Osnabrück in Liga 3 übernommen hat, waren die auf Tabellenplatz 16 und es gab dann den überraschenden Aufstieg durch eine richtig starke Rückrunde. In Liga 2 lief es aber dann nicht so richtig gut, weil auch der Kader, finde ich, von Osnabrück nicht gut genug war, hat man auch am Ende ganz gut sehen können, auch unter seinem Nachfolger Kuschnert lief es zwar besser, aber es hat eben nicht gereicht für den Klassenerhalt und deswegen wurde Tobias Schweinsteiger dort entlassen. Und in diesem gesamten Prozess, als Schweinsteiger aus Osnabrück gekommen ist, aber auch gehen musste, war einer eingebunden und das ist Amir Shapouzadeh. Denn der war eben zum damaligen Zeitpunkt auch Sportdirektor, ich glaube Sportdirektor war die offizielle Bezeichnung beim VfL und hat eben Schweinsteiger sowohl mitgeholt als aber auch mit entlassen. Aber natürlich kann es ein Vorteil sein, wenn man sich eben bereits kennt und bei Schweinsteiger war auf jeden Fall noch ein Trainer mit dabei, der den Fokus hat auf Ballbesitzfußball, generell auf guten Fußball im 4-3-3-System. Er selber pflegt auf jeden Fall einen engen Draht zu seinen Spielern, ist auch einer, der für Talententwicklung steht. Und auch wenn es rund um diese Geschichte dann auch bei Osnabrück Berichte darüber gab, dass er zu oft an Wochenenden in den Süden gefahren ist, wo er eben auch seinen Lebensmittelpunkt hat, hat er ja auch schon zweimal im Norden gearbeitet, eben für Osnabrück und für den Hamburger SV. Also er sollte auf jeden Fall hinhauen, denn klar ist auch, Tobias Schweinsteiger hat natürlich jetzt den Anspruch, wenn du schon mal in Liga 2 warst, auch Cheftrainer in den ersten Profiligen zu sein. Und da wird auch der Wohnort sicherlich jetzt nicht allzu das kritische Thema sein. Ich persönlich mag ihn auf jeden Fall als Trainer und finde ihn auf jeden Fall sehr interessant für Hansa Rostock. Mein fünfter Kandidat ist dann auf jeden Fall mein persönlicher Favorit, auch wenn wir ein gewisses Risiko bei Pitt Reimers haben, aber ich sehe dort eher eine große Schocks. Denn wir haben hier den Cheftrainer der zweiten Mannschaft Hamburg SV, die spielen in der Regionalliga und ist somit natürlich auch damit unterwegs in einer Liga, die nicht weit weg ist von Liga 3. Dort hat Pitt Reimers auf jeden Fall gute Platzierungen hingelegt. Wie gesagt, geht es aber finde ich bei solchen Mannschaften nicht mal zwingend darum, sondern eher darum, was sind das für Trainertypen, was lassen die für Fußballspiel, wofür stehen sie möglicherweise auch. Und Pitt Reimers überzeugt mich vor allem auch durch einen richtig guten Spielstil. Auch er lässt im 4-3-3 spielen. Es ist ein offensiv geprägter Fußball und vor allem setzt er wirklich komplett auf junge Spieler. Also ab und an hat man ja auch in solchen U23-Mannschaften so drei, vier erfahrene Spieler, aber Pitt Reimers verteilt die Verantwortung vor allem auch dort auf seine Talente. Und ist natürlich auch einer, der schon lange beim HSV unter Vertrag steht. Er hat sich dort hochgearbeitet als Cheftrainer von der U17 bis hin eben dann zur zweiten Mannschaft und ist auch in Hamburg geboren. Und trotzdem will er auf jeden Fall jetzt auch gerne als Trainer in den nächsten Schritt gehen. Und interessant ist, dass, wie man auf jeden Fall laut Medienberichten hört, Shabu Zadeh ihn bereits zu Osnabrück holen wollte. Da gab es aber irgendwie auch keine Einigung. Jetzt ist er auf jeden Fall zu haben, denn sein Vertrag läuft aus. Hier würde ich auf jeden Fall mal anklopfen, das kann ein richtig spannender Name sein. Und damit sind das also mal meine fünf Trainerkandidaten für Hansa Rostock auch durchaus bewusst gewählt mit den verschiedenen Herangehensweisen. Natürlich haben wir mit Markus Koczynski einen typischen Zweit-Drittliga-Trainer, der enorm viel Erfahrung mitbringt. Mit Michael Schiele so ein gewisses Zwischending. Der hat sicherlich noch Zeug dazu, sich auch als Trainer weiterzuentwickeln. Da weiß man aber trotzdem auch schon, was man durchaus bekommt. Der kennt den Aufstiegskampf in der zweiten Liga, in der dritten Liga besser gesagt. Und den Abstiegskampf haben wir auch in der zweiten Liga. Und dem dann mit Eugen Polanski, mit Pitz Reimers natürlich zwei unerfahrene Trainer, was den Chefposten anbelangt, in dem Profi-Team, aber trotzdem mit viel Potenzial. Und Tobias Schweinsteiger, den ich mir auch sehr, sehr gut als Coach an der Seitenlinie vorstellen kann. Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung zur Trainerposition bei Hansa Rostock. Was glaubt ihr, welche Kandidaten machen dort Sinn? Wen sollte man eben auch dann dort an Bord holen? Und in welche Richtung kann es auch dann in Liga 3 so gehen? Schaut dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.